Es war einmal ein großer, kräftiger Mann, der einen großen, kräftigen Hund hatte. Er liebte seinen Hund sehr. Eines Tages kam er mit einem großen Stück Steak nach Hause und legte es auf den Küchentisch. Der Hund kam und aß das Stück Fleisch. Der Mann wurde wütend und nahm eine schwere Eisenpfanne. Telefonz. Telefonschirmraue. Telefonz. Telefonz. Scylla. Scylla. Das war's. Das war's.